hallo und herzlich willkommen auf kaliber 80 leute ich werde heute wie viel habe ich eins zwei drei 85 plus packs öffnen mit der hoffnung dass hier mindestens eine granate rausspringt ich will's hoffen bevor ich das pack öffne leute habe ich nur eine bitte an euch bitte liked das video und bitte abonniert unseren kanal leute bitte 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 und jetzt öffne ich das oder diese pegs hier einmal immerhin das pc-futter aber flop was ist das einfach dreimal Leute, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.